Der Anfang war aufsehenerregend. Mit einem Rennwagen, der zur Legende wurde. Dann wurde es revolutionär. Mit der Kombination aus Sportwagen und Businesslimousine. Und spektakulär. Mit dem erfolgreichsten Tourenwagen aller Zeiten. Jetzt kommt der neue BMW M5. Bereit, alles Dagewesene zu übertreffen. Aber ist das überhaupt möglich? Unglaublich. Aber da, der neue BMW M5.